Leute, Frikadellen, Buletten oder nennt es wie ihr wollt, gehen doch wirklich immer klar. Ich zeige euch meine hausgemachten Frikadellen. Als erstes brauchen wir eine große Zwiebel, da schneide ich mir erstmal kleine Würfel von ab. Wenn ich damit durch bin, können wir uns schon um das Fleisch kümmern. Dafür habe ich mir also 800 Gramm Hackfleisch gemischt genommen, das habe ich erstmal in eine Schüssel geschmissen. Als nächstes kommen hier meine gewürfelten Zwiebeln dabei, anschließend zwei Eier, zwei Prisen Salz kommen oben drauf. Als nächstes brauchen wir zwei Teelöffel Senf, leider verkackt, meine Senftube war leer, das war der Rest. Hier haben wir ein bisschen getrockneten Majoran, davon nehmen wir auch zwei Teelöffel. Dann ein bisschen Paprika edelsüß, hier habe ich ein bisschen Pfeffer, das baller ich oben drauf und natürlich Knoblauchgranulat. Da ist ein bisschen Grünzeug drin, es kommt noch ein bisschen frische Petersilie oben drauf und wie ich das letzte Mal schon mal sagte, ich stehe auf Maggi. Demzufolge noch ein bisschen Maggi, jetzt fehlt nur noch unser eingeweichtes Brötchen vom Vortag, das baller ich da drauf und jetzt wird erstmal gut durchgemischt, Freunde. Wenn sich das dann alles verbunden hat, können wir schon anfangen, unsere Frikadellen, Buletten oder whatever zu formen. Hier ist die Größe völlig individuell, jeder wie er lustig ist. So sehen meine Frikadellen also aus, schnell ein bisschen Öl in die Pfanne gescheppert, dann kommt ein gutes Stück Butter dabei und dann kann ich meine Frikadellen schon platzieren. Ich habe am Herd die Stufe 7 von 9 gewählt. Zusätzlich gibt es ein bisschen Kartoffelpüree, ich habe gelesen, man soll die Kartoffeln mal in der Milch kochen, auf schwacher Hitze. Muss ich unbedingt probieren, gleich mehr dazu. So, die Frikadellen das erste Mal gewendet, ja, es wird langsam, oder? Direkt nochmal gewendet, jetzt sieht die Farbe schon ziemlich geil aus in meinen Augen. Ich habe also meinen Herd jetzt runtergestellt auf Stufe 4, dass die noch ein ganz klein bisschen vor sich hin köcheln, bis auch der Püree fertig war. Und jetzt wird angerichtet, Freunde, hier sind also meine super geilen Frikadellen, die lasse ich auf dem Zehwan ganz klein bisschen abtropfen. Jetzt schneide ich euch super gerne mal eine an. Guckt mal bitte, wie geil saftig die noch waren. Und durch den Majoran und das Maggi da drin, total würzig. Probiert super gerne mal aus, meine Frau liebt die Frikadellen. Jetzt würde ich sagen, zeige ich euch noch mein Tellerchen, ein bisschen von dem Kartoffelpüree, eine Frikadelle drauf. Dazu gibt es noch ein bisschen panierten Blumenkohl aus dem Airfryer, sehr zu empfehlen. Jetzt ballert das Plus, peace out.